Ein wunderschönes Hallo bei The Forest. Oh, dieser Vogel ist gruselig. Ach was. Der hatte gerade einfach nur komplett schwarze Perlaugen. Also gar keine Pupillen oder sonst was. Vermutlich auch ein Update. Also eine Änderung im Zuge des Updates. Ach so. Ach so, nein, ich wollte es doch gar nicht essen. Na egal. Es gab ein mega riesengroßes Update. Da kommt ein Vogel voll auf mich zu. Ich komme hier gar nicht dazu, was zu sagen. Es gab ein Update. Mehr ist eigentlich auch nicht zu sagen. Es gibt neue Sachen. Es gibt neue Monster. Und vielleicht gibt es auch Kartenabschnitte, in denen Leben ist. Wäre ja gar nicht so abwegig. Wir sind hier langgelaufen. Was wollten wir denn eigentlich machen? Oh je. Oh je. Wir haben uns hier halt schnell eine Shelter mal gebaut, weil wir... Im Lager waren. Das funktioniert auch schon wieder. Die Tastaturbelegung ist auch gegenüber vermutlich. Ich reiß das hier mal ab. Das brauchen wir jetzt ja nicht, ne? Hey. So. Das haben wir gebaut, weil wir dann doch gesagt haben, von wegen, hey, wir machen mal kurz Pause und hin und her. Also Aufnahmestopp. Aber was wir jetzt eigentlich machen wollten, haben wir jetzt voll vergessen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das alles so hinhaut mit dem Update und sonst etwas. Das ist jetzt ja nicht so unüblich. Ach, die Bäume winken uns zu. Guck mal. Oh, schön. Hallo. Äh, das war gucken. Ähm. Ist ja jetzt nicht so unüblich, dass dann Speicherstände nicht mehr kompatibel sind, wollte ich sagen. Da hinten ist Karin und Karina. Ich glaube, wir wollten hier einfach nur mal her, um das Lager mal anzuschauen und was in der näheren Umgebung ist, oder? Ich glaube, wir hatten hier gar keinen großartigen Grund herzugehen. Das kann sein. Ich glaube, ich meine sogar eventuell sogar schon. Weil ich meinte auch, das Lager war weitestgehend fertig. Wir hatten die Seilrutschen und eigentlich alles, was wir da auch vielleicht einfach wieder erkunden wollten. Ja, möglich, möglich. So, Story und so. Hier gibt es eine Story? Mhm. Okay, hier gibt es noch nichts Neues, oder ich habe noch nichts Neues gesehen im Buch. Gucke ich gerade mal. Ne, habe ich auch nichts gesehen. Die Fallen sind die gleichen. Large Raft, okay. SOS. Set up defenses. Into the sinkhole, find the missing plane passengers. Ja, da haben wir noch eine Haufenweise zu tun. Okay. Nature Guide. Haufenweise Zeug. Also, ich dachte jetzt, okay, dann ist die Yacht vermutlich ähnlich wie hier die Pistole, die es ja mal geben sollte oder gab oder wie auch immer. Wohl etwas, was man über die Einzelteile aufsammeln kann und nicht wirklich craften kann. Habe ich gerade Gleitflieger gesagt? Ich habe Gleitflieger gesagt, ne? Ja, das ist Gleitflug. Yacht habe ich gesagt. Ja. Es gibt so ein Gleitflug-Ding. So ein Segelflieger. So ein Trapezflug-Ding. Wie nennt man die denn? Drachen. Drachen. Ich würde dann tatsächlich einfach mal sagen, dass wir hier die nähere Umgebung mal begutachten, wenn es denn noch eine Änderung geben soll. Vor allem andere Monster. Spinnen oder sowas soll es geben. Drachen. Kann ich? Kann ich? Soll ich? Ich dachte, das wäre doch eine schlaue Antwort gewesen. Ich hätte ja zu gerne eins übergezogen. Guck mal, da hat jemand sein Zement vergessen. Ja, tatsächlich. Der hat den, da ist an die Kante da rangefahren, da oben, und hat den einfach hier abgekippt. Ach so, so rum, oder? Einfach so reingelegt, ja. Oh, passiert. Kein Wunder, dass die Ureinwohner hier so sauer sind. Das ist einfach nur eine Mülldeponie. Ja. Ach Mensch. Die sehen ja auch alle so gesund aus. Ja, der Kreis schließt. Ja, wer so in der Natur lebt, der ist fit und frisch und toll, aber die haben wir nicht so. Nee, nicht so ganz. Von dem ganzen Müll, der hier abgekippt wurde. Alles logisch. Ach, wunderbar. Die alten Bugs sind auf jeden Fall nochmal da. Das ist so ein Teil von Nostalgie. Das finde ich gut, dass der Spieler nicht komplett ausgerissen wird. Also das ist voll in Ordnung. So, wie funktioniert das nochmal? Irgendwie muss ich dann jetzt alles gleichzeitig drücken. Genau. Ach was, hast du Rückwärtslauf-Bug schon wieder drin? Ja, ja, klar. Gleich am Anfang, ne? Nicht schlecht. Ja, cool. Super, ja. Man hat ja schon viel gemacht. Ich gucke mal, ob ich Gegner für uns finde, wenn du praktisch schon rückwärtsläufst. Ja, das hat wieder geklappt. Ich muss echt einfach nur einfach mal mit dem Nudelholz einmal über die Tastatur walzen. Dann ist es. Ah ja. Deswegen liegt das immer extra nebendran. Ja, klar. Der berühmte Forest Buckfix Nudelholz. Man kennt das. Warte, hier. Vielleicht hört man es sogar. Der Deluxe Package kommt. Ja, ja, genau. Ich habe gehört, im Deluxe Package kommt das immer mit dabei. Ja, genau. Also, der halt Spiele noch im Store kauft. PUBG hat ne Pfanne, Forest hat ein Nudelholz. Genau, genau. Das kann schon hier in der Vorkomm. Das ist schon ne gute Sache. Oh, Mann, ey. Ah, guck mal, da unten ist Wasser. Da ist ein... Da ist ein was? Wurm. Ein was? Ein Vierfußwurm. Der berühmte Vierfußwurm. Die Besonderheit ist, dass er nur Vierfüße hat, ne? Ja, ja, genau. Oh, Mann. Finde ich gut. Ja. Ähm, ja, es wird schon dunkel. Ja. Du hast unsere Hütte abgerissen. Ja, das war gut so. Wir sind im Einwohnerdorf. Wir sind ja nicht. Wo ist hier ein Einwohnerdorf? Einwohnerdorf vor allem. Es gibt auch Dörfer ohne Einwohner. Ähm, ja. Hier ist Wasser. Hier ist der Fluss wieder. Hier waren wir mal und haben die Kettensäge gesucht, die wir jetzt endlich gefunden haben. Ja, Kettensäge. Aber... Was machen wir denn jetzt? Wir sind dunkel. Shelter bauen und wieder Tach machen, würde ich fast sagen. Haben wir denn überhaupt noch Rohstoffe für ein Shelter? Stöcke sind ja sicher Mangelware auf der Wiese. Äh. Achso, ne. Falsche Taste. Falsche Taste. 14 Stück, das brauchen wir dafür. Ich hab 20. Nur. Ja, passt. Oh, ich hab nur 8. Toll. Ob man da mit 28 hinkommt, wenn wir 14 brauchen? Ich glaube nicht. Nö. Oh. So, jetzt können wir nicht mehr Nacht machen. Ja, oh nein. Ist schon wieder... Toll. Das hat er lang gehalten. Dankeschön. Nett von dir. Sag mal. Bis zum Glück. Gleich wir hier sympathisch machen, ne? Echt? Gleich mit der Tür ins Haus. Ja. Mit der Tür durchs Haus. Ja. So, jetzt stehst du da. Findest du das jetzt gut, oder was? Das findet er super. Ne, das ist auch die vorige Richtung. Wie komm ich denn nochmal hier? Ne, das ist die Map. Die braucht doch auch kein Mensch. Ja. Ja, und jetzt verduften, oder was? Suchst du noch Mollys, oder? Ja, ja. Irgendwas in der Richtung, halt. Ja, ja. Ich glaube, bis du die gefunden hast, ist er weg. Aber ist okay. Wo ist er denn? Auch da hinten? Ey, schon fast über alle Berge. Ja, da ist er jetzt, ja. Ja, das ist gut sein. So geht er auch nicht wieder. Der läuft direkt auf mich zu. Jetzt... Hey, wie hat denn das die Tasse? Ich komm mal zu dir. Beschütz mich. Ja, komm. Komm hier auf den Stein, das ist mir sicher. So. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Da hinten. Also entweder lauf mal weg, oder wir zünden den an. Ich hätte einfach gern ein Haus gebaut, aber das ist jetzt... Das ist jetzt ja wirklich per se. Jetzt haben wir auch keine Stöcke mehr. Mir ist aber kalt und ich hab Hunger. Ja, dann zünd man an. Ja, warte mal ganz kurz. Vielleicht würde es uns dann wahr. Mach du mal, ich zünd den schon mal an. Ja, ist okay. Äh, so. Ja, jetzt genau in dem Moment. Sag mal, willst du mich veräppeln? Lock den vom Wasser weg, da kann ich ihn nicht schlecht anzünden. Warum denn das nicht? Ich weiß es nicht. Doch, war so eine Idee. So. Er brennt. Er brennt direkt auf mich zu. Ja, da im Wasser ist es halt echt doof. Ja, weiß nicht warum, aber irgendwie. Also, pff. Die KI haben sie echt besser gemacht. Ja, und sie... Ja. Der läuft schon wieder rückwärts. Ja, ja, das Nudelholz mussten wir da her. Das ist schon toll. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Der will flüchten. Echte, was soll das denn? Sag mal, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass er genau in dem Moment, wo ich werfe, wegrennt. Das kann doch nicht sein. Komm, ich erlaufe durchs Feuer, bitte. Nein, ist kein Feuer mehr da. Das kann doch nicht sein. Ich hab doch kein Alkohol mehr. Äh. Okay. Bleibt er jetzt mal... So, jetzt. Wenn ich einen halben Meter davor stehe, dann treffe ich. Kann auch nicht jeder. Das ist schon nicht schlecht, ja. Ja, bringt er auch nicht mehr. Habe ich noch was anderes? Ich hab hier vielleicht... Ja, sowas. Da ist er jetzt echt schwierig. Wo ist er denn jetzt hin? Der rennt da den Berg hoch. Blödsinn. Auf der rennt er da oben? Ja, weil er den Berg hoch gerannt ist und weg ist. Da ist ein Vierfußwurm. Ja. Das sind zwei Vierfußwürmer. Na sowas, nimm was mit. Ja, ja, hab ich. Ich will nachher was futtern. So. Hört sich gut an. Warte mal, muss ich auch gerade mal ausschlachten. Ich bin am Erfrieren. Okay. So. Alter! Da kommt der wieder zurück. Ja, klar. Kann man die eigentlich immer noch mit der brennenden Axt anzünden? Das wäre cool. Das weiß ich nicht. Ey, 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 ey. Lass das. Lass das. Lass das. Ja, okay. Ja, das klappt. Gar nicht schlecht. Cool. Schön. Ich bin echt überrascht. Kommen hier noch andere dazu? Dann ess ich mal. Ich ess mal ein bisschen was hier. Oder so ein Snack dazwischendurch. Ja, ist okay. Emi ist auch auf einmal warm geworden. Der hat echt gewärmt, der Gute. Das überrascht mich jetzt nicht. Weiß ich nicht. So wir Feuer und Flamme für dein Wohlbefinden waren. Das stimmt. Das hat er sich schon mit an die Haut gekriegt. Oh. Der haut ja zurück. Das ist aber nicht nett. Nein, wirklich. Wer einsteckt, soll nicht austeilen können. Immer schön nur eine Sache. Immer die gierigen Leute wieder, weißt du? Wer macht die Kettensäge an? Hat funktioniert. War's da schon? Ja, ja. Ach so, dann ist gut. Ne, neue Monster halt. Ja, ja. Haben wir gesehen. Die bringen auch genau was Neues. Dann ziehe ich die Haut wieder an. Die hat er mir weggehauen. Das ist einfach. Moment, da hat doch noch was gekeucht. Ach ja, da haben wir wieder ein paar Lunken rumlaufen. Komm, wir gehen in den Wald, holen uns Stöcker und machen Tag. Oh ja. Let's call it a day in anderen Sprachen. Oh ja. Hast du mich gerade gehauen, du? Nein, nein. Alter. Gibt's ja nicht. Ähm. Ähm. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Ich konnte die Klippe nicht sehen, du standst im Weg. Würdest du sagen, dass ich fett bin? Oh ja, du hast die ganze Klippe abgesägt. Da. Oh, ein Stückchen. Oh, ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen. 14 brauchen wir, ne? Also, ich bin schon voll mit Stöcken hier. Kannst du die zwei noch nehmen? Die drei, die vier? Wo bist du denn? Hier. Hinter dich, da. Ist alles wohl. Oh. Ich hab hier eine Runde Mikado gespielt. Jawohl. Ja gut, dann auf hier. Äh, netter Hausbau. Oh ja. Da. Ich glaub, die spawnen einfach immer auf diesen Häusern hier. Ja, vielleicht mögen die das einfach nicht. Ja, vielleicht speichern. Das sind so die Baukritiker des Waldes. Na, jetzt komm ran. Ja, klar, ich hole mir nochmal neue Stöckchen. Ja, mach das doch, wenn Tag ist, dann siehst du aber was. Ach, Blödsinn. Ähm, ich mach erst Tag. Ja, ich hätte erst gespeichert. So, Mist. Genau, aus dem Grund. Stimmt, jetzt geht ja nicht mehr. Hey, warum hast du die heute schon wieder kaputt gemacht? Tja, mehr war danach. Naja, das sieht hier so aus. Sieht hier so ähnlich aus. Ach, vergiss es. Was? Ja gut, aber ja. Oh, hier sind ganz viele Stöcker. Denk mal drüber nach. Ja, mach ich, wenn ich Zeit hab. Warum ist eigentlich immer noch dunkel? Na, das ist das Morgengrauen. Ach so. Kann man Baumpilze? Ne, damit kann man nichts machen. Das ist alles voller Stöcke und Steine. Ja, also. Oh, ich bin schon voll. Ja, geht schnell. Und das am Morgengrauen. Das ist ja hier. Ja, super. Wie am Diosk. Ja. Hier sind wieder... Ähm... Einwohner. Heimat. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. B-b-b-b-b-b-b. Wo hast du die Klippe hier hoch? Was? Das war jetzt nicht dein Ernst. Doch. Hier gibt's rote Farbe. Oh, da muss ich auf jeden Fall... Ich, 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 ich eile. Ich war überraschend, dass ich beim ersten Mal hochgekommen bin. Mich auch so ein bisschen. Okay. Ah, da. Ja, sehr schön. Ich kann mich anmalen. Um, da. Um, da. Um, da, du, du. Weiter weiß ich nicht. Aber um, da. Ja, ja. Der Text hat schon in sich. Okay, davon hab ich genug. Den Circus... Warte mal, was hab ich denn grad entdeckt? Da war doch irgendwas. Wie Farbe hast du entdeckt? Ach so. Ja, wow. Ja. Schon toll. Oh, da ist wieder Vierfußwurm. Und ich hör den Gegner. Dann nimm den Vierfußwurm. Ach, da hinten. Das ist... Oh. Wo ist denn da verkehrt? Oh, das sind zwei Klops. Nee, ein Fettklops und ein Tentakel, Heinz. Der direkt auf mich zukommt. Und daneben sind... Oh, der Baum ist gewesen. Jep, der ist gewesen. Ja, genau. Und hier irgendwie... Wir fänden auf den Klops. Hey, Alter! Sieht das? Die Baum... Baum fällt! Langsam. Oh, die Kumpetti mit Stämmen. Ja, schön. Das ist nochmal ein Update, was sich lohnt. Ja, super. Was auch noch die graue Gegner. Oh, ich wurde umgeboxt, klar. Ich schau mir das aus der Ferne an. Ich find das echt spannend. Da zoomp irgendjemand. Ja! Der hat mich gar nicht berühren können. Ja, zoomp hier nicht. Äh. Nein! Also ich will dir sagen, du hast gerade zwei große Gegner auf dich gelockt. Und noch einen kleinen. Ja. Das verscheucht mir ganz schwer die Vierfußwürmer, die ich gerade jagen. So. Ernsthaft? Ja. Das sieht ja eh nicht. Kannst du mal einem Freund sagen, er soll nicht so dran sind? Ja, ich versuch's. Ich versuch hier einfach mal zu überleben. Meine Rüstung ist schon fast komplett down. Hier ist ein Gegner, der kniet vor mir und zum. Ja, ja, den hab ich auch die ganze Zeit auf. Oh, das ist unangenehm. So. Ähm. Was wollte ich denn jetzt hier? Kann er jetzt mal? Hier trifft er mich nicht. Aber wenn ich das jetzt hinschmeiß, dann... Oh! Hier trifft er mich doch! Mist! Lalalala! Das summt er mir immer noch ins Ohr. Ähm. Du, ich brauch so langsam mal Hilfe. Ich komm hier gerade nicht zurecht. Ah! Also bei mir war's ruhig, bis du mit dem Typ angekommen bist. Toll, so hab ich das nicht verstanden. Ja. Nein! Doch nicht jetzt! Doch nicht jetzt! Ich habe eine Stöcke. Uah! Hat das was gebracht? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Demolition-Expert. Warum du, wenn ich... Ja, wie auch immer. Hab dich gut gemacht. Ja, super. Oh, ich kann nicht mehr was essen. Oh, da ist ein Gegner am Bein. Ah! Äh, okay. Also ich... Hab so ein leichtes Gefühl, dass die Gegner doch ein bisschen angezogen haben jetzt. Ach, blödchen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Bisschen abwegig, aber... Vielleicht hätten wir auch nicht direkt ins Lager rennen sollen. Dann hätten wir einfach woanders hinrennen sollen. Wo bist du denn jetzt? Ey, ich hab jetzt hier so einen Klops am Bein. Gut, dass ich den hier am Beiner. Ja, echt. Ah, dann kann ich nämlich mal in Ruhe was essen hier, so. Alter, ich hab dich doch versteckt. Was soll denn das? Wie, wo hast du dich versteckt? Ich hab mich versteckt. Das hat mich interessiert. Blizzard-Skin. Dann zieh ich davon mal nochmal welche an. Der kann ich hier nicht outrunnen? Ja, ich glaub nicht mehr. Das ist genau das Ding. So, mir geht's wieder halbwegs gut. Was willst du denn? Ich hab mich die Klippe runterfallen lassen. Hey, super Strategie. Ja, dachte ich mir auch. Gott, der springt sogar? Der Klops, ja, der springt. Der macht auch einen Bauchflatscher auf dich. Ja, ich dachte, der rennt nur. Nö, der ist super agil geworden. Das ist ja nicht so cool. Nö. Vor allem, ich hab keine Mollis mehr. Warte mal, dann baue ich gerade mal ein. Kurz mal Pause. Ich bin beschäftigt. Ich gröle mir was zu essen. Ja, mach du mal. Ja, ich hab Spur. Hey, zünd's doch an. Das Feuer, ja. Nein, ich red doch nicht mit dir. Nein, der kriegt mich dann zähl. Wow. Ich komm mal zu dir. Oh, yeah. So. Warte mal, wenn ich jetzt hier bleib, rennt der dann einfach die Klippe runter und mit Schaden... Oh. Nein, lock den nicht in den S. ist noch nicht fertig. Ähm, okay. Ich hab ihm nicht gesagt, wo wir sind. Das hat er selber rausgefunden. Bleib einfach weg. Hi. Hier ist eine gewöhnliche Barbecue-Party und kein... Ich schmeiß da mal ein paar Scheine mit rein, dann ist auch okay, dass ich da bin. Nee, das war mein Essen. Ich weiß. Und? Ja. Da hast du ja zwei gemacht. Ja, das eine war nur so eine Vogelbrust. Achso. Ja, komm, da hab ich nochmal hier einen Vierfußwurm springen lassen. Ja, das ist ja schön. Ja, Mensch, okay. Also allem anscheinend nach haben wirklich die Gegner ein bisschen angezogen oder wir stellen uns einfach wie die letzten Trottel an. Vermutlich beides. Ja, ich glaub auch. Möglich ist es. Das ist jeder ein bisschen schuld. Ja, genau. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Da muss man jetzt auch nicht immer die Schuld nur bei sich suchen. Das ist auch, ne, das ist halt der Lauf der Zeit, ne. Das ist alles ein Kreis. Wir sind ja auf einer Erdenrund. Mhm. Mhm. Irgendwo macht das sicher Sinn. Ich glaub auch. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV. Ja, wir sind ja auf einer Erdenrund.